Hallo ihr Lieben. Hallo. Heute machen wir eine Smoothie Challenge. Ihr kennt die vielleicht aus den Geschäften. Mille, gib mir mal kurz diese Säfte hier. Die gibt es ja in allen Farben und so weiter. Wir haben da drüben einige stehen. Also insgesamt sieben verschiedene. Und wir versuchen blind die Farbe zu erraten und möglichst viele Zutaten die da drin sind. Einen Fehler darf man sich leisten bei den Zutaten. Beim zweiten ist es aus. Was passiert jetzt hier gar nicht? Egal. Mille fängt an. Der erste Durchgang. Ah, bitte. Farbe Grün. Falsch. Apfel. Richtig. Orange. Richtig. Banane. Richtig. Nee, jetzt oder? Ähm. Bandarine. Nee. Einmal noch. Und Granatapfel. Richtig. Nein. Mir fällt nichts mehr ein. Okay. Okay. Ich glaube es geht wenig in sie. Ihhh. Der ist rot. Richtig. Da ist Granatapfel drin. Richtig. Definitiv. Sauer. Apfel ist drin. Richtig. Richtig. Ist der orange auch drin. Richtig. Orange Birne. Falsch. Mango. Du. Nein. Nein. Fertig. Also Mama. Vier Punkte waren es. So. Jetzt aber. Schneller. Auch gelb. Nein. Nee. Banane. Ja. Ja. Apfel. Ja. Granatapfel. Ja. Guck mal. Beeren. Himbeeren. Nee. Nicht oder? Ja. Himbeeren auch? Ja. Weil du gesagt hast. Nee. Dann wusste ich nicht genau. Brombeeren. Jetzt geht es aber ab. Oh. Ja. Du hast mich zu beerig. Und wann fasst du eine andere Farbe? Nein. Weiß nicht. Fertig. Gib es auf. Okay. Guck dir nichts mehr raus. Bitte. Rot. Richtig. Also Johannisbeere. Richtig. Himbeere. Himbeere Johannisbeere. Richtig. Was gibt es hier? Apfel. Agrab. Ja oder nein? Ähm. Küche. Nein. Äh. Shit. Apfel. Richtig. Hm. Brombeere. Richtig. Mehr weiß ich nicht. Na. Ja. Ich habe doch noch einen Versuch, oder? Ja. Ich sage einfach mal, ähm, Banane. Richtig? Ja. Ist auch drin, ja? Oh. Nice. Mehr weiß ich nicht. Habe Geld. Richtig. Richtig. Mmh. Orange. Richtig. Banane. Nein. 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 Ah. 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 Den Apfel? Nein. Bäh. 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 Okay. Ah. Chiasamen sind drin. Richtig. Bäh. 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 Was ist das? Da ist Banane drin? Nein. Vanille ist drin? Nein. Ne. Welche Farbe? Keine Ahnung. Was habe ich gesagt? Ich habe nicht einmal Früchte erraten, gell? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bäh. Bäh. Ich weiß es nicht. Weiß? Nein. Bäh. Sowas von eklig. Iiiiiiiiih. Ähh. Ähm. Orange. Ja. Granatapfel? Nein. Shit. Piep. Gelb ist er. Ja. Mango? Ja. Maracuja? Nein. Misch. Gelb. Richtig. Orange. Ähh. Richtig. Banane? Nein. Mango? Richtig. Ähh. Apfel? Nein. Nee. Tatsch. Tatsch. Cihan-Samen drin. Banane. Richtig. Apfel. Richtig. Orange? Nein. Ähh. Farbe so ähm, weiß-gelb, so gemischt und schwarze Bomberle? Ja. Genau. Das war nämlich der schwarze. Ähh. Zitrone isst du ein kleines bisschen? Nein. Bebe. Ah. Boah, hast du mich gerade erschreckt. Der schmeckt zu gut. Da ist Vanille drin. Richtig? Da ist Vanille drin. Der ist... Vanille? Apfel? Banane? Richtig. 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 Apfelbanane. Da ist jetzt gelb. Birne ist auch drin. Nein. Nein. Aha. Also Farbe nein und Vanille nein. Einmal schrugst kann man noch? Weiß ich nicht. Okay. Nicht klar. Die kennt auch keiner. Ailelo. Wahoo. Keine noch. Hm. Boah. Boah. Gar kein Blatt. Was ist denn? Du, ich hab zwar nicht mehr viel, gell? Banane. Einige Frucht, die man immer ausschmeckt. Was ist denn? Was ist denn? Apfel? Ja. Orange? Falsch. Was ist denn? Banane? Hä? Geld? Falsch. 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 Erstmal. Ist eine Begarde froh noch drin? Mhm. Apfel. Richtig. Ja. Gib auf. Ja. Eine war dann auch so eine komische. Ja. Die hat keiner. Warte mal. Saft Nummer 4 Grün Nein Was? Ich schmecke da nur Brokkoli raus Apfel Nein Banane Richtig Zitrone Falsch Einfach für Banane Was ist da drin Banane? Nein Vier Ich will den nicht mehr trinken Aber jetzt ist Sellerie drin Richtig Und der ist weiß Nein Nein Was ist es dann? Früchte darfst du noch weiter raten Das ist noch kein Fehler Apfel Nein Was ist es dann? Ich weiß es nicht Ich will nicht mehr Der ist eklig Drei Punkte Das kann nur grün sein Das kann nur grün sein Entschuldigung Nicht grün Nein 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 Der ist nicht grün Rote Beete Ja Ja Und der Rest Keine Ahnung Apfel Nein Orange Nein Orange Nein Nein Was? Das ist nicht grün Hä? Das schmeckt aber so Vanille Nein Nein Okay dann Johannisbeere Nein Oh Mann Oh Mann Das ist so schwer Man hat die Farbe allein zum Sparen Grün Richtig Minz Richtig Apfel Richtig Banane Falsch Orange Falsch Äh Drei Punkte Das ist definitiv grün Und Minze ist drin Richtig Minze hasse ich Eins Zwei Was ist das? Ich trinke den nie mehr Ich rieche nur noch Sellerie Nein Was ist denn den grünen drin gewesen? Ich habe es doch gekauft Warte Ein, 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 ein Ding noch Ganz gesunde Sachen Was ist denn gesund? Petersilie Nein Äh Perrin Boah Minze Okay Okay Ist einmal richtig? Richtig Mit Cargony Sparming Mh 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 Orange Sauber Mh 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 Apfel Mh Mh Keine Ahnung Ich auch Und der letzte? Der grüne. Hey, warum weißt du das? Ja, weil ich mir das gemerkt habe, wie grüne. Das schmeckt ganz toll. Den habe ich schon mal getrunken, gell? Rucola. Richtig. Und grün haben wir auch schon gehabt. Ich weiß es nicht. Ich sage einfach mal Granatapfel. Okay. Apfel. Richtig. Und Banane einfach. Oh, meine Augen. Pink-Rot. Nein. Boah. Apfel. Richtig. Orange. Bananapfel. Nein. Bananapfel. Nein. Richtig. Zitrone. Nein. Zitrone. Boah. Haben wir schon zwei falsch. Toll, ich habe einen anderen Geschmack. Apfel. Richtig. Banane. Richtig. Rhabarber. Kann das sein, irgendwas Säuerliches ist da drin? Nein. Ja, jetzt muss ich erstmal herausfinden. Maracuja. Richtig. Dann ist es gelb. Richtig. Und Orange ist drin. Richtig. Fünf. Und Orange, Maracuja, Banane, weiß ich nicht mehr. Komm nicht mehr weiter. Aber du hast 1,3,3,5. Juch, Mama. Da war heftig. Richtig. 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 Boah. Maracuja. Esso. Stimmt. Apfel. Stimmt. Banane. Stimmt. Mh. Auf jeden Fall ist er gelb. Stimmt auch. Zitrone. Falsch. Ich weiß nichts mehr. Passt. Falsch. Falsch, oder? Was auf den? Falsch. Rot und Rot und א�lt? Rot. Nein. Oh, Banane, Richtig, Mango, Richtig, Orange, Richtig, Äh, mehr weiß nicht, gibt es eine Frucht Maracuja? Ja, gibt es auch, ist sie drin oder nicht? Ja, richtig? Ja, aber mehr nicht. Okay, so, letzter, letzter, was? Rot? Richtig. Granatapfel? Nein. Apfel? Ja. Banane? Nein. Zweiter Fasch und fertig. Kaffee? Ja. So. Meine Augen tun weh. Verfolgt? Was ist das? Was ist das? Ein Saft. Maracuja. Kann das sein? Falsch. Was? Das ist aber Maracuja. Nein. Orange? Nein. Okay? Meine Frau wird nicht mehr. Was ist das? Hahaha, gar keine Chance. Hä? Hast du mich jetzt gebrennt oder was? Nein. Hören wir jetzt bald durch. Letzte. Rot. Ja. Richtig. Rotbäckchen. Hm. Hast du die Farbe schon gesagt? Ja, Rot. Okay. Farbe? Ich schmeck's wieder Apfel aus. Ja. Und was sind dann das für Beeren? Himbeere? Nein. Erdbeere? Nein. Ja. Fertig. Die Chiasame sind in mehreren drin. Dreh mal, dreh mal. Dreh mal, dreh mal. Ich bin für dich. Ja, die sind in mehreren drin, die Chiasame, und wir checken das gar nicht irgendwie. Boah, ich weiß nicht wie Chiasame schmecken. Bäh. 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 Acht. Bäh. 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 Oh mein Gott. Ich hab verloren. Ja? Wir haben hier die Punkte. Die Damen haben einen schlafen geschmacken. Oh, ihr hat auch verloren. Wir haben 18 Punkte, 18 Punkte, 20 Punkte und unser Geschmackssking. Nein, nein. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass der verliert, dass der das gar nicht packt. Hier habe ich richtig geguckt. Ich bin stolz auf dich, ich bin stolz auf dich. Okay, also danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Die Bestrafung, die bist du. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.